Die deutsche Fußball-Liga als Innovationsführer im Profisport, auch in der zweiten Bundesliga. Seit der Saison 2021-2022 werden alle Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit internationalen Live-Elementen ausgestattet. Vollautomatisiert über die AWS Cloud werden so Live-Spieldaten und Live-Grafiken den internationalen Medienpartnern als Stream zur Verfügung gestellt. Perfektes Zusammenspiel von Sport und Technik in der Produktion von InMatch und Customized Clips. Die stehen dank der künstlichen Intelligenz von WSC Sports ebenfalls automatisiert und schnell zur Verfügung, ermöglichen so eine zeitnahe Berichterstattung auf den Plattformen der Medienpartner, von Social Media bis hin zu Streaming-Diensten und TV. Ebenfalls neu der Social Media Matchday Feed für ausgewählte Spiele der zweiten Bundesliga. Hiermit stellt die DFL den Medienpartnern authentischen Content zur Verfügung, um die Fans über die diversen Social Media Plattformen auf die Partie einzustimmen. Ein globales Angebot ermöglicht durch das Bekenntnis zur technologischen Weiterentwicklung innerhalb der DFL-Gruppe. Automatisiert, live, innovativ umgesetzt – für eine zweite Bundesliga, die begeistert.